Das hier ist übrigens unsere Gesangskabine. Es sieht ein bisschen unordentlich aus, weil ich eigentlich hier staubsaugen muss und das habe ich jetzt schon wieder ein paar Monate nicht getan. Dan hat vorhin gesagt, ein Jahr, das stimmt nicht, vier, fünf Monate und ich fühle mich hier irgendwie in diesem Raum immer total wohl. Der Tag und alles danach. Wir beide, wir beide Musik auf. Wir zwei sind wie ein Lied, das sich füreinander schrieb. Wir sind im Takt, der Beat, sind eine Melodie. Wir beide, wir beide Musik auf. Es ist zu laut. Die Idee, ein Solo-Album zu machen, die kam nicht über Nacht, sondern es hat sich entwickelt über Monate und Jahre. Natürlich habe ich schon immer davon mal geträumt, aber erstens war nie wirklich Zeit dafür da und zweitens fehlte mir dann auch das Selbstvertrauen, das zu machen. Und jetzt war aber einfach der Punkt, wo ich gedacht habe, ich habe diese Texte, die Textideen, das kann dann eigentlich nur ich machen. Das könnte ich jetzt schwer mit einer anderen Sängerin oder mit einem anderen Sänger produzieren, weil es dann doch aus meinem Leben erzählt. Und vor allem aber, ich glaube, die einfachste Antwort ist, dass ich total Lust drauf hatte. Schüchtern ist mein Glück, sagt manchmal nur guten Tag und manchmal nur bleibt es stehen. Sentimental ist mein Glück, oft schaut es mich nur an, dreht sich doch um und sagt, ich muss gehen. Schüchtern ist mein Glück, bitte bleib stehen.